Na, nicht schön, aber selten. Oder, ich weiß nicht, wenn ich das so mache. Und dann... Hier so... Ja, das ist doch, das ist doch viel besser. Das ist doch um einiges besser. So, dann kann ich hier mit dem Bau meines Gewächshauses irgendwann anfangen. Wenn ich mal Zeit und Lust dazu habe. Und, ja... Wir haben hier unseren Weg eingesetzt. Aber ich finde, wir brauchen auch noch mal ein paar Blümchen hier. Und ein paar Bäume. So, hier ans Wasser so zwei. Zack. Ist auch schön. Hier so eine hin. Obwohl, nee, da kann ich auch... So, warte. Und hier ein Bäumchen. Nee, das ist mir zu sehr am Abgrund. So, da ein Bäumchen hin. Und vielleicht hier auch noch eins. Na. Und dann hoffen wir mal, dass die Bäume gleich nicht so groß werden, dass wir nicht mehr in unser Haus rein können. Jetzt sind wir hier. Aber dieses Haus muss ich noch ein klein wenig kompatimentieren. Und zwar hatte ich das so vor, dass ich hier so eine kleine Trennwand reinmache. Wie sieht das aus, wenn ich da jetzt einen Zaun drauf stelle? Geht das? Ja, ich glaube, das geht. So hatte ich das vor. Genau. Kann ich hier ein paar Kisten hinstellen. Und hier wollte ich ja, wie gesagt, eine Tür durchziehen. Damit ich hier wieder rauskomme und mir eine kleine Terrasse bauen kann. Aber das ist doch schön malerisch hier. Das einzige Doofe daran ist, dass es mitten auf dem Dungeon gebaut wurde. Aber hey, was soll der Geiz? Ein bisschen Gefahr ist ja immer gut. Boah, eine Tür, zwei Türen. Zwei Türen. So, wo packen wir die hin? Ähm, ja, was brauche ich denn nicht mehr? Eigentlich brauche ich alles außer die Feder. Warum hat er die Feder eigentlich wieder aufgesammelt? Ein paar Sachen begreife ich selber nicht. So, hier. Dann hier die erste. Das ist natürlich total am Rumpitz. Nein. Was mache ich hier eigentlich? Kinder. So. Ähm. Fangen wir mal so an. Und machen wir mal so weiter. Cool. Oder ich bringe das... Anders zur Geltung, indem ich jetzt hier... Oh, so. Ja, das geht. Aber lässt sich leben. Nicht schön, aber selten. So, bevor jetzt irgendwas passiert, werde ich hier mal die Tür öffnen. Habe ich eigentlich noch Wolle dabei? Ja, hier ist Wolle. Dann habe ich auch noch ein paar Bretters hier. So, zack, zack, zack. Und baue mir so eine schöne Kurve wieder zusammen. Wieso ist hier schon wieder die Feder? Verbrennt die mal einer? Höh. 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 Okay. Öffnen. Hier rein. Und dann... Ja, ich könnte das hier auch so gesehen als meinen Schlafraum umfunktionieren. So. Oder kann das auch einen weiter links stehen? Hier ist doof. So. Guten Morgen. Ja, das ist doch schön. Dann muss ich aber hier noch ein paar schöne Fenster rein. So, ein bisschen Glas. So, damit man hier reingucken kann. Ich würde sagen, dann schmeißen wir uns hier auch noch mal ein schönes Nachttischchen hin. Und da stellen wir dann eine Fackel drauf. Ja. Na gut. Ein Bücherregal wäre mir vielleicht lieber, aber das kriegen wir auch noch irgendwann zusammengebaut. Näh. So, was haben wir denn hier noch so? Flint. Blackwool. Blackwool brauche ich gerade nicht. Blümchen. Was mache ich, was mache ich, was mache ich, was mache ich? Ich brauche Glas. Ich brauche viel Glas. Wahrscheinlich werde ich in einem der nächsten Parts auch noch mal Sandfarmen gehen. 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 Das ist auch doof hier, ne? Hm. Wie kann man das denn mal geschickter lösen? So. Machen wir da hin. So. Zack, zack, zack. So ist doch gut. Bäh. Ja, und dann wollte ich schon anfangen, hier zu versuchen, mein Gewächshaus zu planen. Aber ich glaube, im Anbetracht der Tatsache, dass wir hier nicht wirklich viel Platz haben, wird das auch nicht so groß. Auf jeden Fall muss es erstmal symmetrisch sein. Und ich glaube, das stelle ich jetzt mal hier so. Vier in die Richtung. Eins, zwei, drei. Vier in die Richtung. Und dann wollte ich das so. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ja, also das ist eigentlich dann eher so ein kleines Gewächshäuschen. Aber wie wir gerade sehen können, ist noch viel, viel mehr Glas dafür vonnöten. Wahrscheinlich sieht das dann hinterher aus wie ein Gefängnis hier, wenn ich mir mal das Texture Pack hier angucke. Aber ich finde es schön. Vielleicht haue ich ja irgendwann nochmal ein HD-Texture Pack rein und dann sieht das auch noch was aus hier. So. Habe ich denn noch mehr Glas? Ja, ein bisschen Glas habe ich noch. Das müsste ja auch recht groß werden. So. Ich sage mal. Na, das ist glaube ich meiner Meinung nach noch ein bisschen zu klein. Und deswegen gehe ich jetzt hier nochmal rauf. So. Zwei in die Höhe. Wie sieht das denn aus? Ja, komm. Was soll der Geiz? Ich mache jetzt noch einen höher. Nee, das ist zu viel. So. Ja. Ja. So mache ich das. Und dann versuche ich da so eine kleine Kuppel drüber zu bauen. Aber dafür brauche ich mehr Sand. Viel mehr Sand. Ja, auf jeden Fall. Ich brauche viel mehr Sand dafür. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das jetzt mit einer Tür hier machen soll. Oder wie auch immer. Aber ich glaube, das könnte was werden. Wenn ich mir das jetzt mal so von außen angucke, werde ich wahrscheinlich den Abhang hier nochmal anders strukturieren. Aber, ich glaube, das wird was. So, habe ich hier noch Sand? Nee, Holz in Massen. Aber kein... Doch, hier ist doch Sand. Mann, was sage ich denn? So, jetzt pack mal erstmal das ganze Holz hier wieder zurück. So. So. Und dann nehmen wir den Sand mit. Den schmelzen wir jetzt erstmal durch. Jo. Allerdings habe ich auch gar keine Kohle mehr. Ach, verdammt. Ja, gehen wir nochmal zurück. Holen uns ein bisschen Holz. Aber... Habe ich noch Cobblestone mit? Nee, ein Stack nehme ich da mal mit. So, Holz. Auch noch zwei. Damit ich mir hier noch einen Ofen bauen kann. Das geht mir nämlich alles viel zu langsam. Oder sagen wir mal noch zwei Öfen. Zwei Furnaces. Die stehen jetzt immer noch hier so mitten in der Pampa rum. Aber ich glaube, ich werde das auch in nächster Zeit nicht ändern. So. Ich finde es schön. Ich mag das. So, da wir dafür jetzt gerade keine Kohle haben. Ach, hätte ich ja eigentlich auch drin lassen können hier, ne? So. Was passiert hier? Passiert nix. So, dann können wir hier schon mal mit anfangen. Und hier haben wir wieder Glas. Glas. Ja, das wird jetzt sich noch ein bisschen hinziehen. Deshalb würde ich jetzt mal sagen, ich beende jetzt erstmal die Aufnahme. Und wir sehen uns dann im nächsten Part von Let's Play Minecraft. Euren Mann, Dingo. Hau das Schaf noch um. Die lassen echt nichts mehr fallen, wenn man die nicht tötet. Die Schafe sind echt unspendabel geworden. So, dreiste Viecher. Also, bis dann. Tschüss. Tschüss.